Hallo zusammen, ich bin Jérôme Schopar und mache meine Lehre als Logistiker bei der Firma Pestalozzi. Wenn du mehr über unseren Beruf wirst, dann bleib jetzt dran. Als Logistiker bist du unter anderem für den Wareingang zuständig. Da wird die gelieferte Ware auf Vollständigkeit und Qualität überprüft. Wenn alles stimmt, wird es als erstes im System eingebucht und dann eingelagert. Bei uns bei der Firma Pestalozzi kann man die Lehre als Logistiker entweder im Bereich Haustechnik oder im Bereich Stahltechnik absolvieren. Im Wareausgang wird die Ware für den Kunden zusammengestellt und nachher noch verpackt. Wir verbringen Pause und sogar Freizeit miteinander. Während der Lehre bist du viel im Kontakt mit deinen Ausbildenden, sodass du mit der Zeit selbstständig arbeiten kannst. Die Langprodukte werden mit einem Kran bewegt und dann gebündelt, etikettiert und für den Transport bereit gemacht. Was ich cool an meinem Beruf finde, ist, dass ich mit verschiedenen Geräten, Fahrzeugen und Maschinen arbeiten darf. Ich finde, man wird jetzt nicht unbedingt als Lehrling angesehen. Man bekommt halt auch Jobs, die einen vollen Mitarbeiter machen. Das zeigt Vertrauen. Auch eben draussen, wie Arum vorhin gesagt hat, man gehört nur Gutes von der Firma. Es ist ein langjähriger Betrieb. Es hat so viele positive Sachen. Wird schon zu unserem Team gehören? Dann bewirf dich doch jetzt sofort!